Es ist an der Zeit, einfach mal Danke zu sagen. Danke für Ihre Begeisterung. Für Ihre netten kleinen Geschichten. Danke für Ihre Meinung. Für Ihre Fragen. Und all Ihre Ideen. Danke für über 2500 grandiose Bilder. Seit 2009 teilen wir auf Facebook unsere gemeinsame Leidenschaft für die vier Ringe. Eine Leidenschaft, die unter die Haut geht. Eine Leidenschaft für den Moment. Oder für ein Leben lang. Wir sind jeden Tag aufs Neue begeistert von Ihrer Kreativität. Am frühen Morgen. Am späten Abend. Dank Ihnen wissen wir, wie vielfältig das Land des Quattro wirklich ist. Sie haben uns gezeigt, dass es mehr als eine Million gute Gründe gibt, einen Audi zu fahren. Wir setzen alles daran, dass noch ein paar Gründe dazukommen. Danke für Ihre Zeit. Für Ihre Treue. Danke für Ihr Engagement. Danke für über eine Million Facebook-Fans. Danke für Sie. Andy. Untertitelung des ZDF, 2020